Wow, 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 wow. Wir gucken, worüber sie reden. Yo, Mann, wie geht's euch? Alles klar. Du brauchst nicht auf mich schießen. Ich bin total freundlich. Wow, wow, was ein Arsch. Was ein Arsch. Er schießt sofort. Ja, 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 du kannst nicht erst auf mich schießen und dann sagen, ich soll meine Shotgun runterpacken. Weißt du, das hättest du vorher sagen sollen. Jetzt genießt du kein Respekt mehr. Warte mal. Wartet mal. Wir holen uns die. SKS hat der, okay. Oh, shit. Er guckt hier rein. Ja, warum schießt er auf mich? Hast du davon. So, du hast auf mich geschossen. Du Rabauke. Okay. Lade doch nach. Hallo? Geht doch. Wo ist der andere? Oder die andere? Hier sind doch noch mehr. Scheiße. Ich kann nicht ans Loot. Weil der war nicht alleine. Nee, ne? Fuck. Aber ich weiß doch nicht, ob der tot ist nach zwei Shotgun-Schüssen. Wenn ich ehrlich bin. Ich muss mal kurz... No Pulse. Okay, gut, gut, gut. Was soll's? Komm, YOLO, ne? Und den hier. Und Heiden. So, weg hier! Weg hier! Hätte der nicht direkt auf mich geschossen, hätte das alles anders laufen können. Manchmal ist man nervös, ich verstehe das, aber... Man genießt halt einfach kein Vertrauen mehr, oder? Wenn mal auf dich geschossen wurde, warum sollte ich dem dann noch vertrauen? So, jetzt muss ich Essen finden. Was hat denn der so gehabt? Alles ist ruiniert. So, die brauche ich nicht mehr. Scheiße, wie viel Schuss hat der überhaupt noch? Immerhin noch voll. Oh, fuck. Da hinten ist ein Bambi. Okay. Nicht, dass der das ist. So, ich muss Essen finden. Essen, Essen, Essen! Hier vielleicht noch drin? Ich frage mich... Ja, sehr gut. Ich habe halt noch mehr Leute gehört. Da waren mindestens zwei Schuss... Äh, zwei Stimmen. Irgendwie eine Frau noch. Und jetzt ist die Frage, wo die ist. Oh, shit. Ich höre den. Shh, 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 shh. Hier ist wer. Leck doch nicht so immer beim Reinzoomen. Meine Fresse! Ich kann nicht reinzoomen. Warte, ich glaube, das sind... Beides Bambis, oder? Ich glaube, das sind beides Bambis. Ja. Okay. Das sind beides Bambis. Scheiß drauf. Dann habe ich... Dann muss ich keine Angst haben. Habe ich was, um das zu öffnen? Dosenöffner. Sehr gut. Nur, kann ich jetzt essen? Die kommen hier rein, wenn ich esse, ne? Egal. Und du bist ruiniert. Schade, dass man nicht einfach seinen... Rucksack entleeren kann. So mit einem Klick. So. Ne, warte mal. Die nehmen wir nochmal. So, Hauptsache, wir verhungern nicht direkt. Ja, man sollte... Genau. Es ist allerdings JS Brothers immer noch ein Spiel. Und er hat zuerst auf mich geschossen. Und jetzt stell dir das mal bitte im Real Life vor. Jemand schießt auf dich. Und kommt dann und sagt... Hey, Friendly. Würdest du ihm vertrauen, wenn es um dein Leben geht? JS Brothers? Oh, shit. Hallo? Du da? Ich habe nicht gesehen, ob der bewaffnet war. Im grünen Rucksack. Wo ist der jetzt? Zombie hier? Ist der in der Polizeistation gegangen? Hm. Irgendwo hier ist sie. Okay, die Polizeistation kann nicht nach hinten rausgucken, ne? Gut. Gut, gut. Ah doch, kann sie. Ich dachte, die Fenster wären zu. Na egal. Wir verstecken uns. Da oben. Oh, scheiße, bewaffnet. Ich schieße. Oh, gerade weg bewegt. Glück gehabt. Vor allem im echten Leben wäre der Puls noch höher als bei diesem Spiel. Müsst ihr immer noch denken. Da ist man noch mehr gestresst. Warte mal, der muss gleich kommen. Die waren ja zu zweit vorhin. Deswegen. Die haben ja gesprochen. Und das bedeutet, dass es locker ein Freund und ich muss jetzt mit dem Zorn dieser Person rechnen. Daher. Jo. Ja, deutsch oder vielleicht englisch. Aber es geht mir darum, dass ich das verstehen muss. Weil ich sonst nicht weiß, ob ihr irgendwas seltsames schreibt. Okay. Außerdem, Leute, bedenkt immer noch daran, dass es ein Spiel ist und ein Stream. Und wenn ich jetzt auch wieder nur mit ihm gesprochen hätte, wäre das langweilig geworden. Aber er hat es verdient. Also ich will mich nicht entschuldigen. Er hat ja auf mich geschossen. Ich brauche unbedingt noch mehr Essen. Das hat nicht gereicht. Ich habe übrigens... Übrigens... Okay. Das ist doch die Person da hinten. Wenn das die Frauenstimme ist, war das die, die mit dem anderen zusammen war. Wahrscheinlich... Guckt die gerade einfach raus, ne? Hm. Ich könnte mich ja an die... An die Polizeistation ranschleichen. Nur die hatte halt auch eine Waffe, die Person. Ich schätze mal darauf, dass es ein Mädchen ist. Also eine Frau. Ich brauche auf jeden Fall eine Frauenstimme. Aber ich bin kein Sexist. Frauen werden natürlich auch getötet. Nein, doch nicht das! Frauen werden auch getötet. Denn Gleichberechtigung. Ihr wisst. Ich bin auch kein Sexist. Ich bin auch kein Sexist. Hallo? Sind die noch da drin? Oder nicht? Ich renne mal hinten raus. Vielleicht seht die mich jetzt. Aber wenn die auf mich schießen, weiß ich auch wieder, wo die sind. Man muss das Positive in Schüssen sehen. Zombies da drin. Scheiß. Können jetzt wieder überall sein. Hm. Oh. Oh. Oh shit. Hey, du im grünen Rucksack. Kannst du dich mal hinlegen, bitte? Kannst du dich bitte hinlegen? Hallo? Ja, was soll das? Ich habe gesagt, leg dich hin. Jetzt muss ich dich zwingen, dich hinzulegen. Ist das besser? Ist das besser? Icho. Vielen Dank.